Ich bin Saskia und mache eine Ausbildung zur Industriekauffrau. Hallo, mein Name ist Jessica. Ich mache die Ausbildung zur Industriekauffrau bei der CC Pharma mit Sitz in der Vulkaneifel. Wir sind ein Arzneimittelimporteur. Wir importieren Arzneimittel aus den EU-Ländern und verpacken diese für den deutschen Markt um. Wir handeln ausschließlich mit Originalpräparaten. Nach meiner Schullaufbahn habe ich eine Ausbildung gesucht, die mir gute Basics fürs Berufsleben gibt und da bin ich eben auf den Beruf der Industriekauffrau gestoßen. Auf CC Pharma speziell bin ich gekommen durch die Messeauftritte und weil es eben direkt bei meinem Wohnort liegt. Zu unseren Hauptaufgaben zählen das Planen und Organisieren der internen Events, Koordinieren der Ein- und Ausgangspost und Unterstützung bei Social Media. Auf Wiedersehen.